Also ich habe heute ein nordhessisches traditionelles Gericht gekocht, das heißt Weckgewerk. Das Name sagt schon eigentlich für sich aus. Wecke, da sind viele Brötchen drin und das ist ein Schlachtergericht und man verwendet eigentlich viele Abschnitte vom Schlachten, also Haxen, Innereien, Schweinskopf, wird alles klein gekuttert. Dazu kommt Schmand im Haxen ist man eigentlich fast immer Schmand dazu, zu allen Gerichten. Das ist eigentlich ein traditionelles Gericht. Ich habe das etwas neu interpretiert mit Wachteleier und eingelegtem Gemüse und Dreierleifung Kartoffeln.